Digital und Binnen differenziert. Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht. Herzlich willkommen zum Aufbaumodul der Erkenntnisgewinnung. Für dieses Modul können Sie ungefähr 20 Minuten Zeit einplanen. Das Modul besteht aus diesem Video sowie einer Sammlung hilfreicher Literaturempfehlungen und Linktipps. Auch dieses Modul endet mit einem Self-Assessment-Test. Hey! Was erwartet Sie in diesem Video? Wir werden uns Erwartungen an den Kompetenzbereich der Erkenntnisgewinnung anschauen, wie eine digital gestufte Lernhilfe in Moodle aussehen kann und in diesem Zuge auch, wie man in Moodle besonders gut Binnen differenziert. Zum Schluss reißen wir noch kurz an, wie H5P-Elemente eingesetzt werden können, um die Lernhilfen interaktiver zu gestalten. All dies wird uns Professorin Neumann gleich näher erläutern. Zunächst möchten wir Ihnen einen Überblick über den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung geben und schauen uns dazu kurz zur Einordnung die bundesweit gültigen Bildungsstandards an. Mit einem mittleren Schulabschluss haben die SchülerInnen im Fach Biologie Fähigkeiten erworben, die die Handlungsdimension sowie inhaltliche Dimensionen berücksichtigen. Die inhaltliche Dimension wird durch Basiskonzepte dargestellt. Die Basiskonzepte umfassen im Fach Biologie die ebenen System, Struktur und Funktion sowie Entwicklung und ermöglichen den SchülerInnen die Analyse von Kontexten, die Strukturierung und Systematisierung von Inhalten und die Gewinnung eines grundlegenden und vernetzten Wissens. Die Handlungsdimensionen dagegen beziehen sich auf wesentliche Elemente, die beim Erlangen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Erkenntnisgewinnung, der Kommunikation sowie der Bewertung biologischer Situationen im Kompetenzbereich Bewertung erforderlich sind. In den Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife sind die Kompetenzen festgelegt, die SchülerInnen bis zum Ende ihrer Qualifikationsphase erwerben sollen. Sie werden im Unterricht sowohl auf einem Basis als auch auf einem fortgeschritteneren Anforderungsniveau entwickelt. Ein erhöhtes Anforderungsniveau zeichnet sich durch eine Zunahme von Komplexität, Abstraktheit, Breite und Tiefe sowie Differenziertheit aus. Es wird zwischen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnung, Kommunikations- sowie Bewertungskompetenz unterschieden. Doch was genau ist unter dem Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung zu verstehen? Zunächst ein kurzer Exkurs zu den Kompetenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Diese sind ein wesentliches Element der naturwissenschaftlichen Grundbildung und ein wichtiger Kompetenzbereich in den Bildungsstandards der Sekundarstufe 1. Quellen wie Osborne und Prenzel betonen, dass wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen zentral für die Erkenntnisgewinnung sind. Gleichzeitig weisen sie aber auch auf Defizite in der fachspezifischen Methodenkompetenz hin. Hier sehen wir einen Überblick über die Kompetenzen, die zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gehören. Dazu zählen das Formulieren von Fragestellungen und Hypothesen, die Planung und Durchführung von Experimenten sowie die Auswertung und Analyse von Ergebnissen. Lassen Sie uns die Kompetenzen jeder Subkompetenz genauer betrachten. Beim Formulieren von Fragestellungen und Hypothesen muss man zunächst die Variablen identifizieren, sowohl die unabhängigen als auch die abhängigen. Danach werden Vorhersagen getroffen, Hypothesen begründet und schließlich Alternativhypothesen formuliert. Für die Planung und Durchführung von Experimenten ist es wichtig, die Variablen zu variieren, Störvariablen zu kontrollieren und verschiedene Messzeitpunkte zu definieren. Idealerweise werden die Messungen wiederholt. Im dritten Teil, der Auswertung und Analyse von Ergebnissen, werden die Daten aus den Experimenten beschrieben und interpretiert. Danach erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse, eine Evaluation der angewandten Methoden und schließlich wird ein Ausblick formuliert. Anhand dieser Übersicht wird deutlich, die Erkenntnisgewinnung ist eine sehr vielschichtige Kompetenz. Nachdem wir nun einen Überblick über die Kompetenzen in der Erkenntnisgewinnung erhalten haben, schauen wir uns ein Beispiel an, wie gestufte Lernhilfen zu Aufgaben der Erkenntnisgewinnung aussehen könnten. Wir haben gestufte Lernhilfen zum Themenfeld, Überwinterungsformen, Überleben in der Kälte von Zitronenfaltern und Pinguinen entwickelt. Kommen wir nochmal zurück zum angemessenen Nutzungsverhalten. Studien belegen, dass sich die Nutzung von gestuften Lernhilfen mit einem angemessenen Nutzungsverhalten auf verschiedenen Ebenen positive Effekte aufzeigt. Ein angemessenes Nutzungsverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernenden Unterstützungsangebote annehmen und gleichzeitig eigenständig arbeiten. Diese Lernhilfen orientieren sich am Prozess der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und zielen darauf ab, das deklarative und prozedurale Wissen in diesem Bereich zu fördern. Dabei berücksichtigen wir die Heterogenität der Lernenden und fördern Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung. Sie eine Übersicht, wie eine Aufgabe in Moodle gestaltet sein kann, die Kompetenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung anspricht. Pausieren Sie gerne das Video und lesen sich die Aufgabenstellung durch. In diesem Ausschnitt sehen Sie, wie ein Hinweis zur Unterstützung in der Entwicklung und Formulierung einer Hypothese aussehen kann. Wie können wir digitale Möglichkeiten nutzen, um die Lernhilfen noch besser zu differenzieren und zu individualisieren? Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Piktogrammen und bildlichen Unterstützungen, die Einbindung von Glossaren oder die Integration von Vorlesefunktionen. Glossare sind dabei eine schöne Möglichkeit, innerhalb der Aufgaben inhaltliche Unterstützung zu liefern. Der Vorteil der digitalen Anwendung ist auch, dass die Glossare direkt in die Aufgabe integriert werden können. Ein Hin- und Herblättern kann dadurch reduziert werden. Auch können Unterstützungsformate wie Vorlesefunktionen schnell und einfach eingebaut werden und damit zum Beispiel SchülerInnen mit Leseschwächen unterstützen. Ein weiterer Vorteil digital gestufter Lernhilfen ist die Erweiterung um diagnostische Fragen oder Aufgaben. In der digitalen Version können leicht und einfach verschiedene Modelle zur Diagnose genutzt werden. So können zum Beispiel Quizze, Multiple Choice, Sing Choice oder Drag-and-Drop Aufgaben sowohl eine Diagnose des Wissensstandes als auch eine spielerische Komponente einbringen. In Lernplattformen wie Moodle lassen sich auch Nutzerstatistiken auswerten und so zum Beispiel der Zeitaufwand einer Aufgabe erfassen, aber auch Hürden in der Aufgabenstruktur erkennen. Wenn Sie mit Moodle arbeiten, lassen sich beispielsweise H5P-Elemente integrieren, mit denen man Wissensfragen einbauen oder spielerische Wissensüberprüfungen wie Drag-and-Drop oder Fill-in-the-Gaps Aufgaben gestalten kann. Diese Aufgaben können je nach Struktur kreativ angepasst werden und auch in den Aufgaben können Sie Untertitel, Audiodeskriptionen oder Bildbeschreibungen einpflegen, um die Nutzung der Materialien zu erleichtern. Was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben die Merkmale des Kompetenzbereiches kennengelernt und warum der Bereich der Erkenntnisgewinnung Schwierigkeiten im Schulalltag mitbringen kann. Wir haben uns ein Beispiel einer gestuften Lernhilfe in Moodle angeschaut und wie digitale Unterstützungsformate genutzt werden können. Zuletzt haben wir ein Beispiel eines H5P-Elementes gesehen, das in Moodle zum Beispiel als Diagnoseformat verwendet werden kann. Viel Erfolg beim Gestalten eigener Unterrichtsbausteine mit digital gestuften Lernhilfen!